Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Bei Coop gibt es jetzt Bratpfannen mit der neuen Antihaft, Innenseite Silverstone. Silverstone macht die neue Coop-Bratpfanne nicht nur viel langlebiger, sondern auch wesentlich widerstandsfähiger gegen das Verkratzen. Denn im Silverstone-Belag hat es glitzernde Kristall aus hartem Glimmerschiffer. Dieser Glimmerschiffer ist der harte Kern der Dreifachversiegelung an der Silverstone-Pfanne-Innenseite. Darüber ist eine besonders glatte Antihaft-Oberfläche. Da bleibt garantiert nichts kleben. Diese hochwertigen Aluminiumpfannen mit den grossen Vorteilen des Silverstone-Belages gibt es jetzt bei Coop in verschiedenen Grössen zu wirklich erstaunlichen Preisen und mit einer Jahrgarantie. Heute habe ich noch eine interessante Neuigkeit für alle Fruchtsaft-Liebhaber. Bei Coop gibt es jetzt den Röpfelsaft ohne Kohlensäure und die Happy Day-Fruchtsaft in diesen handlichen Packungen. Das Aufmachen ist ganz einfach. Die Gibel bei diesen Pfeilen aufreisen. Die Kante ganz nach hinten. Dann von aussen zusammendrücken und gleichzeitig füllenziehen. Und schon können sie leicht und bequem einschenken. Und hopp! Da ist die Packung wieder zu. In dieser ungeöffneten Packung bleiben die Fruchtsaft wochenlang haltbar und zwar auch ausserhalb des Kühlschranks. Aber jetzt Achtung! Für den 10'000 Franken-Wettbewerb schreiben Sie wie immer eine Postkarte an das Coop-Mittwochstudio Postfach 4091 Basel. Die Aufgabe ist ganz einfach. Notieren Sie die Reihe der Coop-Aktionen, die jetzt gerade kommen. Auf Wiedersehen am nächsten Mittwoch um die gleiche Zeit.